so ein Diener eben auch hier in Paris beim gar nicht total demolierten Eiffelturm immer schöne Bewegung und die Granate kannst du hier schön da alles von mir Luftunterstützung von hier ist aber schön oh yeah alles ausschalten wir müssen Granatener vor Gründer liebt Launcher Power mit welchem Rauch denn oh verdammt ja dann Bahnen oh yeah jetzt vielleicht noch ein paar auf dem Boden mitnehmen so ja mein Gott 30 Sekunden ist ja nix erhört der Koppenpanzer okay halt doch nicht so lange durch so tot zum Glück habe ich hier noch ein bisschen Schutz übrig kamen weil ich auch in den Munik ist ja oder so Prozent Ja, aufrückend. Und da fällt das Zeichen von, das Zeichen von París. Und wir steigen nach Norden auf. Und wir sind wieder auf der russischen Seite und spielen den Juri. Und wir sind wieder auf der russischen Seite. das war eine Woche die war nur gut Alec Schlecker so preis so preis so preis ja wir haben schon ein bisschen sehr viele wo denn wo muss ich hin auch unter die docks da ist preis ja und das ok zum glück kriegen es hier aufpassen ja es mag auf der mann wie die beim ganzen spiel jetzt schon die die wir schon im ganzes spiel die suche sind naja lieber noch warten ist ja nicht in guckt glück gehabt ja hier wird schrecken sie hinter uns lassen die ganzen leichen im wasser so wo ist jetzt so gut mörder ich bin von ich bin von doch geiler geht ja nicht oder aber sowieso eine hat man so einen multiplayer ich lasse das rotpunkt dran hier im gang falls uns hier was begegnet ich habe kontakt der 20 meter voraus gut und wir nehmen wieder das rotpunkt Visier das das ja das ja ich bin Was? Haha, ich hab beide. Nur mal nachladen. Ich hätte ihn auch einfach töten können. Boah, ich bin wirklich gar nicht. Ist ja definitiv, finde ich, bis jetzt die geilste Version, die wir hatten, vor allem mit der geilen Waffe hier. Mit Schalldämpfer und Hüb... Ja, die sind auch blind, oder? Was? So. Wir, wir sind im Gebäude. Bam, bam. So. Also. Ich hab gerade viel hart, ey. Shit, ey. Okay. 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 So. Boah. Schnell. Jetzt. Genau, für was. Ach, hier auch noch drüber. Nein, der war fest, es ist ja... Kein Problem, ahem, ahem. Ja. Ah, so auf, geh du mal vor. So. Von wo denn bitte? Ja, komm. Ich will jetzt nicht noch morgen rumgammeln. Ja. Los, los. Ähm. Hä? Boah, warte mal kurz. So. Jetzt. Stelle ich gleich wieder runter, aber... So. Ich mein, was ist ja gar nichts. So, von wo? Ach, komm, wenn ich vorne gucke, dann töten sie sich von vorne. Wenn ich nach hinten gucke, dann töten sie mich hinten. Ja. Oh. Oh. Im nächsten Part dann.